Das, was ich da gesehen habe, das war unnormal. Das war unnormal. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Es hat für mich keinen Sinn gemacht, was ich da gesehen habe. Ich konnte das mit meinem menschlichen, gesunden Menschenverstand nicht erklären, was ich da gesehen habe. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. So, wollen wir jetzt mal ein bisschen über die Aliens reden, meine lieben Freunde. Scheiße, ich war vor zwei Tagen oben auf dem Dach und saß da mit einem Mädel, mit der ich ein Date hatte und mich getroffen habe. Und wir haben uns unterhalten, die Stars, haben gute Gespräche gehabt. Auf einmal gucke ich in den Himmel und ich schwöre euch, ich bin ein sehr, ich sage euch ganz, ganz ehrlich, ich bin bei dieser ganzen, also alle Leute, die mich verfolgen hier auf Twitch und generell verfolgen, die wissen, ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch bei dieser ganzen Alien- und UFO-Thematik. Und ich glaube, ich bin einer, der sich auch mit dem Project Bluebeam auseinandergesetzt hat und da ein bisschen recherchiert hat und gesehen hat, dass das eventuell genutzt werden könnte, um eine Weltregierung einzuführen und diese ganzen Thematiken so. Das, was ich da gesehen habe, das war unnormal. Das war unnormal. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Es hat für mich keinen Sinn gemacht, was ich da gesehen habe. Ich konnte das mit meinem menschlichen, gesunden Menschenverstand nicht erklären, was ich da gesehen habe. Ich konnte das nicht erklären, Bro. Und die Dame, mit der ich da war, die konnte das auch nicht erklären. Wir haben in den Himmel geguckt und wir konnten, wir waren zwei Stunden lang fasziniert. Ich konnte nicht mal meine Augen davon wegnehmen. Und ich habe kein Gras geraucht oder Drogen genommen. Gar nichts. Ich war clean as fuck. Clean as fuck. Ich war da. Ich war einfach da, Bro. Weißt du, was ich meine? Digga, Leute wollen mir jetzt erzählen, irgendwas mit Drogen. Nein, ich habe nichts genommen. Ich war clean. Und ich gucke so in den Himmel und ich sehe auf einmal so ein Ich versuche das jetzt mal zu beschreiben, Digga. Ich sehe so ein Flugobjekt. Das war so zusammenhängend. Ungefähr so sah das aus. So. Und so hat sich das bewegt. Weißt du? Das war so ein Teil. So sah das aus. Und das hat sich bewegt. Ganz normal. Und ich habe erst gedacht, okay, das ist vielleicht irgendeine Drohne oder irgendwie. Keine Ahnung, Alter. Sie hat gedacht, das waren irgendwelche Tiere oder so. Und auf einmal hat sich das eine Ding aufgelöst. In sechs, sieben verschiedene Flugobjekte. Vierecke. Das waren so Platten. So wie Platten war das so. Weißt du, wie ich meine? Das war so wie Vierecke sah das aus. Also das Ding hat sich aufgelöst. Die sind auseinandergegangen und auf einmal haben sich ein paar von denen bewegt. Eins ist von hier gekommen und hat sich dann auf der anderen Seite wieder eingeordnet. Das andere ist von der Seite gekommen und hat sich auf der Seite wieder eingeordnet. Ich schwöre auf meine Mutter, ich erzähle keinen Scheiß. Die Leute denken jetzt, ich bin verrückt, aber das ist mir egal, weil ich bin, was diese ganzen Thematiken angeht, sehr skeptisch. Sehr, 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 sehr skeptisch. Und wie diese Dinger sich bewegt haben, das war einfach nicht normal. Sowas hast du noch nie gesehen. Da war kein Licht dran. Da gab es, da war kein Licht dran. Normalerweise sagen die an diesen Flugobjekten sind irgendwelche, sind irgendwelche Lichter dran oder so. Weißt du, auch an Drohnen und so sind ja irgendwelche Lichter dran. Das waren Vierecke. Einer schreibt Tauben, Digga. Hörst du mir eigentlich zu, Bruder? Seit wann sind Tauben viereckig, Bro? Seit wann sind Tauben viereckig? Was ist los mit dir, Bruder? Und die sind halt, das ist halt über uns drüber geschwebt und das war nicht lange, das war vielleicht 30 Sekunden, wenn überhaupt. Und ich, während ich das angeguckt habe, dachte ich so, okay, ich will eigentlich gerade ein Handy rausholen und das filmen, aber ich konnte meine Augen nicht wegbewegen, Bruder. Das war wie, Digga, ich war weg, Digga. Das war wie, das war ein Film. Weißt du, wie ich meine? Das war wie ein Film, Bro. Was soll ich euch sagen? Und ich habe darüber nachgedacht und ich habe darüber nachgedacht, lange drüber nachgedacht und ich habe versucht, mir das selber irgendwie zu erklären. Weißt du, wie ich meine? Ich lag im Bett dann in der Nacht, ich lag im Bett und ich habe gedacht, okay, was könnte das realistisch gewesen sein? Was könnte das gewesen sein? Und ich habe keinen Entschluss gefunden. Ich weiß nicht. Ich kann es dir nicht sagen, Bro. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich habe danach, ich habe gelacht, ich habe geschrien, ich habe, es war ein ganz heftiges Gefühl. Also, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Also, es ist einer der erlebt, einer der heftigsten Erlebnisse und einer der heftigsten Sachen, die ich gefühlt habe in dem Moment, die habe ich noch nie gesehen. Die habe ich noch nie gesehen und ich habe mich einfach, ich habe mich einfach, ich weiß auch nicht, Digga, es ging durch meinen Körper durch so, das war ganz crazy. Es hat mich geprägt. Kennt mich doch. Ich lasse mich sowieso gerne prägen und I don't know, Bro. Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, oder? Ich glaube dir, safe, wenn du so etwas erlebst, ist das eine Erfahrung für dich persönlich. Safe, Bro. Ich weiß auch, dass das irgendein Zeichen war. Ich habe auch sowieso, Digga, das sind Sachen so, viele Leute können sich damit nicht mehr identifizieren, wenn ich das sage und so, aber ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich war an dem Tag an den Maya-Ruinen, weißt du, in der Nähe von den Maya-Ruinen und ich habe die Energie gespürt, Bro. Ich war im Wasser da, ich habe mich da hingestellt, ich bin da hochgelaufen, ich stand da auf dem Berg oben und ich habe einfach eine heftige Energie in mir gespürt, und ich habe mich voll verbunden gefühlt mit der Vergangenheit, der Menschheit. Weißt du, wie ich meine? Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Und in derselben Nacht habe ich diese Objekte gesehen, Bro. Ich weiß nicht, ob das miteinander zu tun hat oder nicht, aber der Tag war für mich sehr, 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 sehr crazy. Das war für mich sehr, 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 sehr crazy und ich werde das in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen. Schwester, ich werde es einfach nicht mehr vergessen. Rhinox ist leider nicht da, Rhinox, du bist nicht da, oder? Und ich habe mir schon viele Sachen reingezogen, ich habe mir schon viele Videos über Ufos reingezogen und so und kein Video hat von diesen Dingen berichtet, die ich da gesehen habe. Ich habe das Gefühl, mein Herz hat mir gesagt, dass noch kein Mensch das gesehen hat, was ich da gesehen habe. So, kann sein, dass, weiß ich nicht, ich höre einfach auf meinem Gefühl, ich spreche gerade das, was ich einfach fühle und mein Herz, mein Gefühl hat mir gesagt, es hat noch nie jemand gesehen, was ich da gesehen habe. Und, ja, keine Ahnung. Ich habe kein Video, ich habe keinen Beweis, müsst ihr mein Gehirn aufschneiden. Was soll ich dir sagen? Man braucht Beweise. Ich brauche keine Beweise, bro. Mir ist es auch voll egal, ob das mir irgendeiner glaubt oder ob er das Gleiche fühlt, was ich fühle oder nicht. Ist mir einfach voll egal. Weil ich habe gesehen, was ich gesehen habe und ich habe gefühlt, was ich gefühlt habe. Und er muss sich niemandem beweisen. Das ist einfach so. Leon, kann es sein, dass es ein Teil war und es hat sich in mehrere aufgeteilt oder aber die sind koordiniert geflogen? Also gleichmäßig. Die sind, das war, die waren, die hingen auf jeden Fall, die wussten, was sie tun, die hingen auf jeden Fall zusammen. Das sah erst aus, als ob es ein zusammenhängendes Ding war. Aber es waren Vierecke, die schon unterteilt waren, aber die sind halt zusammenhängend geflogen. Und auf einmal hat sich eins oder haben die sich ein bisschen weiter auseinander bewegt und eins von diesen Vierecken ist dann rausgegangen aus der Gruppe und hat sich auf der anderen Seite wieder eingeordnet. Dann ist ein anderes Teil rausgegangen, hat sich da wieder eingeordnet. Die haben sich ganz komisch bewegt, Bro. Was soll ich dir sagen, Digga? Ich kann es dir nicht beschreiben. Ich kann es dir nicht richtig beschreiben. So etwas könnte auch eine Psychose sein. Jetzt kommen die ersten Leute, die sagen, dass ich verrückt bin, Bruder. Ich habe keine Drogen. Er sagt einfach Psychose, Bruder. Ich küsse dein Ernst, Digga. Bro. Das ist klar. Ey, ich glaube, weiß ich nicht. Ich finde das nicht mal schlimm, dass der das sagt, weil, Bruder, vor diesem Erlebnis habe ich auch noch die Leute, die sowas erzählt haben, habe ich auch im Hinterkopf mir gedacht, so, ah, der ist doch einfach verrückt, Bro. Was soll ich dir sagen, Digga? Ich glaube nicht an so einen Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Ich kann das dem nicht mal übel nehmen, dass der das gerade sagt. So, weißt du, wie ich meine? Aber wie gesagt, ich habe keine Drogen genommen. Ich habe keinen Einfluss unter irgendwelchen Substanzen gehabt. Ich war mit jemandem zusammen da, der genau den gleichen Shit gesehen hat, wie ich so. Vor allen Dingen, ich habe die ganze Zeit nicht in den Himmel geguckt. Ich habe auf einmal in den Himmel geguckt, als ob ich es gefühlt hätte. Boom. Auf einmal war das Ding vor meinen Augen. Ich sage zu ihr, ey, look at this. What is this? What is this? Und ich sage, what is this? Und die guckt und ihre Augen fallen fast aus, Digga. Die dreht durch. Ich drehe durch. Ich sage, what the fuck is going on here, man, Alter? Wir gucken das an und wir haben das beide noch nie gesehen. Bro, was soll ich dir sagen? Ah, es gab Zeugen. Ja, normal, Digga. Normal. Ich war nicht alleine. Ich war nicht alleine. Ruf sie mal an. Die arbeitet gerade. Vielleicht hole ich die irgendwann ins Stream rennen, dann erzählen wir zusammen davon. Aber die kann nicht so gut Englisch. Aber wie groß war das? So Drohnegröße oder richtig wie Autogroß? Bro, das war sehr weit weg im Himmel. Die Größe kannst du ja nicht wirklich... Das war erstens in der Nacht. Das war eh krass. Also ich glaube, nur hier in Mexiko ist überhaupt das Potenzial, sowas richtig klar zu sehen, ohne Lichter und so. Weil hier ist der Himmel halt extrem klar und du siehst die Dinge, die am Himmel vor sich gehen. Und es war halt extrem weit weg. Aber jetzt nicht so weit weg jetzt wie der Mond oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Oder die Sterne. Das war schon näher dran auf jeden Fall. Ist ja klar. Das war schon näher dran. Aber das war groß. Das war groß, Bro. Weil es war echt weit weg. Das war größer als ein Auto. Das war größer als ein Auto. Safe größer als ein Auto. Das war kein kleines Ding so. Weißt du, wie ich meine? Das war ein... Das war ein... Ich glaube, das war... Ich kann das schwierig abschätzen, weil das halt... Du weißt nicht genau, welche Entfernung das war. Weißt du, wie ich meine? Aber so wie mein... Mein so... Wenn ich das so Augenmaß so abschätzen könnte so, dann... Ich glaube, das war ein Riesenteil. Aber wie hast du es gesehen, wenn da keine Lichter dran waren? Der Mondschein war auch extrem. Also der Himmel war... Der Himmel hier ist halt nicht dunkel, dunkel so. Weißt du, und es war auch erst, aber es war schon dunkel. Es war so 10 Uhr ungefähr, glaube ich. Nee. War erst... Zwischen 8 und 10, Digga. Ich weiß nicht ganz genau. Du konntest die Dinger aber auf jeden Fall sehen, aber du konntest nicht sehen, was für ein Material das ist oder so ein Scheiß. Das waren einfach dunkle Platten so. Weißt du, wie ich meine? Das waren so dunkle Platten, aber du hast die gesehen, wie die sich bewegt haben. So. Bro. Ich kann das halt nicht so geil erklären. Was soll ich dir sagen, Alter? Vielleicht haben Kinder Drachen fliegen lassen. Ja, genau, Bro. Kinder haben Drachen fliegen lassen. Mann, wenn ihr gesehen hättet, wie die Dinger sich bewegt haben. Willst du gerade erzählen, du hast UFOs gesehen? Bro, ich hab keine Ahnung, was ich da gesehen hab. Bro. Ich weiß es nicht. Sag du's mir. Ich will, dass irgendein Mensch mir das erklärt. Ich weiß nicht, was ich da gesehen hab. Bro, es gibt Tabletten dafür. Ja, Digga, ich bin richtig da jetzt, Bruder. Jetzt bin ich der richtig miese, verrückte Verschwörungstheoretiker, der eine Psychose hat, Bro. Jetzt bin ich endgültig angekommen, meine lieben Freunde. Bin stolz. Ich bin froh. Ich hab das Ziel erreicht. Hat das Ding Geräusche gemacht? Äh, nein. Also ich hab nix gehört auf jeden Fall. Optische Täuschung. In welcher Form? Wie soll das eine optische Täuschung sein? Ich verstehe es halt nicht. Wie soll das eine optische Täuschung sein? Von wo willst du das projizieren? Das war kein Lichtstrahl. Das war keine... Wie willst du das projizieren, Digga? Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Hab den Fliegenpilztee getrunken. Ja, Bruder, wir waren voll auf Mushrooms, Digga. Wir haben Ayahuasca genommen, Digga. Kannst nur dir selbst erklären, niemand andere, Bro. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich wollte es halt versuchen, Mann. Egal. Ich hab es euch einfach mal gesagt jetzt. Fangt mit der Information an, was ihr möchtet. Für mich war das ein heftiges Erlebnis, was ich bis zum Tod nicht mehr vergessen werde. Und vielleicht wird es irgendwann eine Erklärung dafür geben. Vielleicht wird mir das irgendeiner irgendwie erklären. Keine Ahnung, Bro. Vielleicht wird es für immer ein Mysterium bleiben. Vielleicht sollte ich die sehen. Vielleicht holen die mich ab. Keine Ahnung. Vielleicht war das ein Zeichen für mich und mein Leben. Keine Ahnung, Bro. Was weiß ich, Bro. Was weiß ich, Alter. Sind die alle in eine Richtung geflogen? Ja, alle in eine Richtung, Bro. Der hat ein UFO gesehen. Haha, so muss zum Boostern. So, ich muss zum Boostern. Das war vielleicht das Ziel, dass du uns das erzählst. Naja. Maya, Wasser ist schuld. Geh nochmal hin. Das Leben ist loko. Das schreit nach einem UFO. Peter. Früher wäre Leon als Hexe abgestimmt. Werbung für nächsten Star Wars Teil. Danke, dass du es mit uns geteilt hast. Deus, ich küsse dein Herz. Danke, dass du zugehört hast. Ich glaube, ein paar Leute vertrauen mir mittlerweile und die wissen, dass ich kein Lügner bin und dass ich nicht einfach irgendwas erzähle für Aufmerksamkeit oder dass ich irgendeinen Schwachsinn erzähle oder irgendwie verrückt bin oder so. Ich bin alles andere als verrückt. Ich bin normal, Digga. Weißt du, wie ich meine? Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen. Und ich glaube, ein paar Leute hier im Chat haben mir einfach zugehört und die glauben mir, dass ich das gesehen habe. Und die sind fasziniert. Und danke dafür, dass ihr mir zugehört habt quasi. Und ja. Falls ich sowas nochmal sehe oder irgendwelche Informationen habe, was das war, Digga, dann gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid. Respekt, dass du das so easy sagst. Was soll ich machen, Bro? Das ist eine Sache, das liegt mir auf dem Herzen, Digga. Weißt du, wie ich meine? Ich muss das doch teilen, gerade mit meiner Community. Egal. Was Leute denken oder sagen, ist mir egal mittlerweile, was irgendeiner sagt oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Ist mir mittlerweile scheißegal so. Ich folge meinem Herzen. Ich spreche die Wahrheit aus. Ich spreche das, was ich fühle und sehe, Bro. Ich spreche das aus, was ich verstehe. Mich interessiert nicht, was andere Leute jetzt denken über mich oder nicht. Bro, google mal Starlink. Vielleicht war es das, war damals auch geschockt. Starlink. Dieses Elon Musk Ding, ne? Starlink Satellites in the Night. So. Gucken wir mal rein, was das sein soll. Bro, die haben Lichter. Bro, die haben Lichter. Ihr versteht nicht, was ich euch sage, Digga. Ihr versteht nicht, was ich euch sage. Man, wie gerne hätte ich ein Video gemacht. Ich schwöre es dir. Aber ich sollte kein Video machen. Ich sollte kein Video machen. Ich weiß das. Ich hab, ich, ich weiß das, Digga. Ich bereue das eigentlich auch nicht so. Nur weil ich das manchen Leuten hier zeigen würde, würde ich gerne ein Video machen. So, weißt du, wie ich meine? Würde ich euch gerne ein Video zeigen. Aber ich hab gefühlt, ich muss kein Video machen. Es geht nicht um andere Menschen. Es geht um mich hier gerade in dem Moment. Es ging um, es ging nicht um, das irgendwelchen Leuten zu zeigen oder zu sagen oder so. Das, was wir hier sehen, hat nichts damit zu tun, was ich gesehen hab. Digga, hätte ich das, hätte ich das, äh, hätte ich das gesehen, ich wär nicht mal crazy gegangen so. Ja, das sind irgendwelche Drohnen oder irgendeine Scheiße, die die, die, die Regierung macht oder so. Aber die Sachen, die ich gesehen hab, das hat, das weiß ich nicht, Digga. Kann auch sein, dass das irgendwelche Sachen von, von Menschen waren oder irgendwelche, weißt du, wie ich meine? Irgendwelche Flugobjekte, die neu getestet werden oder was auch immer so. Aber es hat einfach nicht den Anschein gemacht. Weil so Flugobjekte eigentlich immer mit Licht in Verbindung auch gebracht werden und so. Und nicht einfach dunkle Scheiben sind so platten, so viereckig, Digga. Wie soll irgendwas viereckiges fliegen, Bro? Weißt du, wie soll das gehen, Digga? Ich hab mich sowieso connected gefühlt an dem Tag. Ich sag's euch, ich hab's euch ja gesagt, ich hab mich sehr connected gefühlt irgendwie. Ich hab, ich weiß nicht, ich hab ein, zwei Entscheidungen für mich getroffen in meinem Leben, so ein, zwei Dinge weggelassen aus meinem Leben, die ich, wo ich das Gefühl hab, die tun mir nicht gut oder ich arbeite daran. Ich bin in meinem Herzen gewesen die letzten Tage so. Ich hab das Gefühl gehabt, auch die Dinge, die ich mache, sind extrem wichtig und richtig so. Auch gerade in den letzten Tagen, was ich hochgeladen hab und so. Ich hab das gefühlt alles irgendwie. Ich war sehr connected, Bro. Ich war sehr connected die letzten Tage. Die verändern einfach den Himmel und keiner sagt uns was. War geschockt von Starlink. Aber ist ja bekannt, dass so Südamerika, Chile, Mexiko und Co. Anziehung für sowas ist. Hast du mal überlegt, was Menschen im Dschungel oder so, die nix mit Technik und uns am Hut haben, darüber denken, wenn sowas vorbeifliegt? Nein, Bro, hab ich nicht. Hab ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist jetzt eine Heftige, das ist jetzt eine Theorie, das ist ein Glauben, ich kann das nicht beweisen und so. Aber man hat in antiken Schriften und in antiken Wandmalereien etc. auch schon von den Ägyptern gesehen, dass die komische Flugobjekte gemalt haben und irgendwie gezeigt haben, dass fliegende Objekte gekommen sind. und ich glaube, dass die antiken Zivilisationen eine heftigere Connection mit dem Universum, mit den höheren Mächten hatten und auch eventuell sogar eine Connection hatten mit anderen Lebewesen von einem anderen Planeten oder so. Weißt du, wie ich meine? So. Irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Ey, ich bin jetzt voll der Miese, Digga, Alter. Der Miese-Verrückte. Bro, wenn das nicht irgendwelche so Chases oder so reinziehen, was ich hier gerade erzähle, Digga, dann bin ich richtig, Bruder. Die malen acht Aluhüte auf meinen Kopf drauf, wenn die Videos über mich machen. Geil, Alter. Ich feier das, Digga. Ich feier das. Ich bin nicht normal, Alter. Und ich will auch nicht normal sein. Ja, ich bin nicht normal. і